Ja gut, da sind noch ein paar Autos, ne? Ach du Scheiß! Oh! Shit! Wir haben uns den Fischentunnel ausgesucht, Leute! Hallo, wir haben zwei Sturmgewehre und eine Shotgun! Boah, ich bin angeschossen! Nein! Alter, mach das! Das schaffst du! Wer war das? Wo war der? Fuck! Wo kam der her? Keine Ahnung, aber das ist kein Hacker gewesen, der tut gerade alle Sachen. Fuck! Hacker in den Tunnel! Der Meier, der redet mit uns. Haha, why? Shit, ey, der killt alle drei von uns. Wo kam der her? Eine Ahnung, der war hinter uns. Fuck! Ein böses Ende. Naja, der wird nicht viel von haben. Warum? Willst du ihn zurückholen? Ne, ne, weib. Ja. Achso, ja. Mit dem einen hab ich zwei Minuten gespielt und dann ist er gestorben. Ich hab den gar nicht gesehen, wo kam der so schnell her? Der kam hinter uns. Echt? Ich hab den, ich hab den einmal angeschossen. Ich hab den getroffen auf jeden Fall. Neuen Charakter, oder? Ja, bis für nach, gar nicht noch. Genau. Ich bin ja, ich hab ja noch einen am Echo Stormpoint. Welchen Server? Nein, kein, 1,5 mehr. Da hab ich keine Lust mehr drauf. Hm. Ach, den kann ich wiederbeleben, den ersten? 1,85, sind 13 Spieler drauf. 1,58. Okay, 1,58, hört sich gut an. Okay, wie viel Uhr ist es? 19.54. So, ich hab die Waffe angestellt. 1,85, sagst du? Ja, 1,58, 1,58. Okay, 1,58. 158. Wir haben drei Waffen, sind zu dritt. Und lasst uns von einem Einzelnen töten. Und zwar alle drei. Peinlich. Wie kam der auch von hinten, ey? Wir sind doch da lang gelaufen. Ich hab's doch gesagt. Die warten da vier Stunden lang. Wie ärgerlich, wie peinlich. Und das sind mitten in der Aufnahme. Woher? Hat der eigentlich wohl... Da treten wir raus und wir sagen, wir mussten kurz weg und, ja. Wo sind unsere Waffen? Als wir wiedergekommen sind, waren wir tot. Ja. Hacker. Hacker. Das müssen wir uns hier noch rausgeben. Das ist... Oh, oh, oh. Okay. Wir werden ja alles aus Nils Sicht sehen. In der Aufnahme. Ich hab den Typen gar nicht gesehen. Erst als ich gestorben bin. Ich hab ihn mal gesehen. Angeschossen, tot. Sofort. Ich hab seine Items gesehen. Hab dann geschossen. Hab dann einmal getroffen. Oh, toll. Ich bin beim Delta-Park gespawnt. Venture-Station. Ach, da. Toll. Schon wieder da. Timo ist Echo's Compound. Ähm, mal sehen. Ich... Ich... Ich geb 95% die Wahrscheinlichkeit darauf. Oh, mein fucking Gott. Schwer tot. Nein, hier sind. Keine Ahnung, wie viele Zombies. Ich quitte. Was? Clearview. Clearview. Oh, kommt zu sehen. Oh, kommt zu sehen. Ich bin... 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 Okay, Nils, wo bist du? Echo's Compound mittendrin. Oh, ich bin... Ach, drinnen? Das ist ja was Schönes. Ich war... Ganz kurz davor. Ja, der war hier. Boah. Neuer. Ist das nicht derselbe, Sir, wie gerade? Ja, da... In the way, come to the tunnel, I have knife and knife and knife and knife and knife and knife. Ne, das ist nicht derselbe. Ja, Menno, Menno, Menno. Ärgerlich. 158 waren wir, ne? Ja, komm. Lade. Jo. 158. So. Ich hoffe, ich spawne das mal vernünftig. Da sind jetzt schon 21 Spieler drauf. Was soll das denn? Jo. Join ja richtig fies. Geh jetzt erstmal rein. Ich guck mal im Geschäft den Clearview. Oh, scheiße. Komm, schau, bitte spawne vernünftig. Und wer ist bei Clearview? Ich kann mich gerade nicht bewegen, steht direkt ein Zombie vor meiner Nase. Jetzt bewegt sich der mich. Und so, ich bin gespawnt. Wo bin ich? Äh, Marsch der Welt. Super. Ich kann zu Boulder City laufen, das ist wahrscheinlich das schnellste. Mach ich das. Timur, wo warst du nochmal? Äh, Clearview. Ja, okay, dann wäre Smallville das nächste von uns beiden. Aber wir können nur uns das treffen. Wo ist Clearview, wie war da? Oh, ich muss lieber in der Map laufen, ey. So, ich bin schon mal im Geschäft, da ist nicht... Doch, ne Clear, ja. Ein Liebling zu gehen. Das ist falsch. Flashlight, Instant Outmere, ja, ich hab schon mal Stahlinventer. Chemlight und Clear, super. Und ich werde angeschossen, und der hat verfehlt. Bist du dort? Ne, aber fast. Ich werde auf Player. Weil man sich immer auch so gut verteidigen kann. Und ich muss hier schnell raus, Quid. Sein Klient ist abgestürzt. Seiner. Dann renne ich nur verprügeln. Der ist weg. Fuck. Meiner ist auch gestürzt. Also, ich muss ich aufhören, ne? Also, ihr könnt ja weitermachen, aber ich beende dann die Aufnahme. Ja, meiner ist auch abgestürzt. Boah, ich hab Falldamage gekriegt, scheiße. Sein Klient und meiner ist abgestürzt, das ist... Da passt aber auf, wenn du gleich wiederkommst, das ist nicht, dann... Ach, den kann ich verprügeln, falls er grad so orientierungslos ist, denn ich hab nur noch 30% der Leben. Das macht nicht viel Sinn. Was? Wieso krieg ich da ein Damage? Ich lauf einen Meter und dann sofort Damage, wegen Fallschaden angeblich. Ja, oder? Es gibt auch so unsichtbare Gegner mehr, oder wie? Echt? Ja. Oh, na so. Ach, Menno. Ihr findet mal alle Waffen, ey. Ich bin jetzt... Ich bin jetzt bei Boulder City gleich. Ich geh' Richtung Smallville mit meiner Knabber. Langsam mal vorsichtig die Steilwand runterlaufen. Nicht sterben. Gut, ich hab's geschafft. Was? Niemals. Wer einer 9mm Magazin findet, nimmt, und ich hab' ne 9mm gefunden. Also ich hatte ja grad' ne 9mm Magazin. Okay, dann hat uns ein Kerl uns alle drei getötet. Ja, wenn auch von hinten kommt, was haben wir tun. Ich werd... Oh, da schießt er. Ich hab' mal geschossen. Nee, nee. Cleary, er ist wieder am schießen. Auf dich? Nee, nee, auf'n Zombie. Töte den noch von hinten, wenn du... Töte den genau. Nee, ich seh' nur... Ich seh' nur seinen Mündungssäuer. Also wie's so... Blitz. Dann renn' hin und verprügel ihn. Ich weiß ja nicht, wo es geblitzt hat. Oh. Wenn hier ein Hacker-Sniper ist, dann bin ich ordentlich gearscht. Ja, wir haben grade auch... So ziemlich dämlich angestellt, ne? Mit drei Leuten und drei Waffen gegen einen Typen. Nee, der kam auch von hinten. Ja, aber ich guckte alles extra mit meinem Fanglas. Ja, der hat mich erschossen. Ehrlich? Ja. Scheiße. So, ich geh jetzt in diese Art Hauptstadt oder so, in Boulder City. Ich hab' ihn nicht gesehen. Der nimmt auch nicht meine Items. Ehrlich? Nee. Boah, das ist der... Was, mit einem Schuss tot? Ja, ich hatte ja nur noch 30% Leben. Das müssen die aber noch fixen. Nee, ich lauf' so am Wasser lang, guck' übers Wasser und dann macht mein Charakter auch so Wellen wie das Wasser. Ja. Wenn man drüber guckt. Von Vinsuli. So, jetzt muss ich gleich über die Brücke gehen. Ich bin in Smallville jetzt. Okay, pass auf, dass du nicht auf Vinsuli triffst. Wenn er schießt ihn. Ist er nicht ein Clearview? Ja, aber trotzdem. Und wenn er schießt ihn, wenn du ihn triffst. Mir wär'n Hammer oder so lieber. Ah, da hab' ich wieder den, der gestorben ist. Mit der... ...Schulschwinte. Mit der Pistole. Oh. Ja, aber leider hast du die Waffen ja nicht mehr. Ah, ja. Naja, letzter Tag... Nein, vorletzter Tag vor dem Vibe ist nicht schlimm. Stimmt. Das wird noch. Nach dem Vibe holen wir dann am besten RPG, wenn's gibt, ey. So, ich bin jetzt auf der Brücke. Wenn hier jetzt ein Gegner ist, dann bin ich gearscht, weil hier komm ich nicht schnell weg. Links ist Wasser. Ja, das mit der Brücke am Team und ich auch schon festgestellt. Ah, ein Hammer. Jawohl. Und links und rechts ist ein Zaun. Super. Toll, da findet man ein Small Backpack. Ohne Witz. Weil das ja auch so viel bringt. Medikit. Willkommen, Chips. Man kann sich ja theoretisch eigentlich ausloggen, dann aus dem Global Inventory sich paar Waffen holen, dann wieder rein und den dann erschießen, oder? Ja, das funktioniert doch nur mit einem das Selbstmord. Du kannst nur aus der Selbstmord auf das Global Inventory zu machen. Ey, ich konnte es mal auch außerhalb machen. Ja, mit der Maske. Ja. Echt? Da war es auf jeden Fall ein Fehler. Weil das wäre eigentlich nicht Sinn des Spiels. Nee, nee, ich war kurz vor dem... Ich habe kurz davor revivet. Und ich habe den wiederbelebt? Ach, wenn du... Wiederbelebt, dann funktioniert das. Ah, okay. Wo bin ich denn? Wie in Clearview. Nee, in Fallsdale. Ah, so, okay. Da war ja Niklas mal. Wo ist das? Ja, auf der Ausstelle. Baustelle, 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 Baustelle. Ich weiß nicht, was du meinst. Da, wo ich gerade bei dir war, waren wir ja an dieser Baustelle. Ah, okay. Jetzt weiß ich, was du meinst. Bei der Baustelle, da wo wir den Hammer gefunden hatten. Genau. Mal alle Autos durchgucken. Hier sind ordentliche Autoreihe. Aber echt, die Spieler sind hier viel zu gemein. Die können auch mal netter sein. Das hat sich gereimt, ja. Ja, super. Ich verfolge mit dir, Zombies. Hast du den Lager verfolgt? Nee. Hey, wie soll man denn hier reinkommen? Hier ist die Brücke kaputt. Ja. Nein, im Ernst. Bin ich die ganze Brücke entlanglaufen, um zu sehen, dass ich hier nicht rüberkomme? Toll. Toll. Echt toll. Ich glaube, die verstehen ihren Job nicht so ganz, Sanitäter. Jetzt muss ich wieder die ganze Brücke zurücklaufen. Warum ist er noch so langsam, ey? Ich brauche einen Noclip-Hack, ey. Wenn da ein Gegner kommt und mich abschießen will, dann verstecke ich mich eben im Boden und tötet ihn durch den Boden. Das wäre gemein. Und die sind auch gemein. Da hast du recht. Hier gibt es wirklich viele Hacker. Ja. Und viele gemeine Spieler, beziehungsweise jeder Spieler ist gemein eigentlich. Mhm. Man findet vielleicht ein, zwei gute Spieler, also die nett sind, die sich auch erschossen. Also wenn man hier nicht gemein ist, dann nimmt man es mal tot. Bis so. Na, da ist das so. Ein bisschen Wasser. Ich finde auch scheiße, dass man einen 9mm zum Beispiel nicht gleichzeitig mit einem Hammer tragen kann. Ja, das finde ich auch irgendwie komisch. Man könnte ja irgendwie die 9mm halt auf diese 1 tun da, für die Primärwaffe. Ja. Wieder ein Small, das gibt es doch nicht. Der zweite Backpack, den ich finde. Du hast Glück. Und? Und? Ne, selber. Ach, naja, ich lock mich jetzt hier gleich mal aus. Warum? Weil der Weg mir viel zu weit ist. Willst du lieber einen Noise spawnen, oder was? Mal sehen. Ich bin jetzt gleich in der Stadt, aber die Stadt ist wahrscheinlich sowas von voller Zombies, dass... Na, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Äh, in... Marta? In Boulder City. Äh... Boulder City ist verpackt. Ja, da sind fast keine... Nein, da sind keine Items, genau. Das war aber auch nicht dann dahin. Ich spawnen lieber neu. Das ist gezielt, wo du in Boulder City dann Items finden kannst, äh, kannst, ist in Autos. Oh, toll. Wer verprügelt, das schon wieder Zombies? Ich... Kannst du dich auch doppelt? Nö. Ähm... Ah, 9mm Magazin, herrlich. Oh, mir ist ein Bulle hinterher gelaufen. Nö, ich verhaften. Ja. Ich hab die Stadt gleich schon wieder durch hier. Vielleicht haben die Leute Angst vor mir, wenn ich mich so nenne. Sniper-Hacker. 158 waren wir. Ja. 158. 16 sind nur noch drauf. 15 sind sogar nur. Ja. Können sein, dass gerade einer rausgegangen ist. Bei mir waren 16 gerade eben. Ich logge mich eben aus und gehe kurz auf eine andere Welt. Warum? Ähm, hier sind die... Ja, selbstverständlich. Willst du mich verarschen? Was ist das für ein Kackspiel? Ich bin in die Polizeistation rein und ich finde auf Anhieb 1, 2, 3, 4, 5 Helme nebeneinander. Ich bin in der Nähe von Loco Mountain. Ich muss da unten laufen, da bin ich bei Clearview. Bin über Clearview. Bist du da noch, Timo? Wie bitte? Bist du da noch? Ich bin in die Portshilie. In Clearview bin ich gestorben. Ah. Wo bist du Nils? Ich bin in Smallville. Naja, wie du schon gesagt hast, Timo. Das ist ne Alpha und schon gibt's Hacker. Ich hoffe, dass sie das sehen. Ja. Hm. Nicht so wie MB3. Wirklich, ähm... Ja, Modern Warfare 3 ist auch wirklich schlimm. Die müssen auch wirklich ernste Strafen einführen, denn... Die haben hier, ähm... Für Hacker... Beim ersten Mal ne 24 Stunden Sperre. Dann irgendwie... Ein paar Tage Sperre und dann erstmal Permabank. Hm. Nicht irgendwie dumm. Go Clearview. Scheiße, da ich gehe jetzt bestimmt nicht Clearview. Haha. Ist das nicht eigentlich logisch, dass man in der Polizeistation Waffen findet? Ja. Sollte, wenn man meinen. Aber die spawnen ja ja random, also... Ja, besser als wenn sich dann alle in die Polizeistation campen. Genau. Und dann Serverhopping oder so. Hm. So wie... So wie wir im Supermarkt? Habt ihr gemacht? Ja. Wir sind dann immer auf die ganze Welt gegangen. Und einmal war dann der Typ mit der Flashlight, der uns verprügelt hat. Haha. Hm. War nicht so. Scheiße gespawnt. Und auf den Spawn-Field. Natürlich.